Ich bin 70 Jahre alt geworden und das ist ja vom Friedhof hier der vorgebeugte Mann. Das ist der Hauptfriedhof, der Skulpturenpark neben dem Europäischen Friedenshaus. Richtig, das habe ich ja ausgestellt am 2. September und davor war es im Rathaus ausgestellt worden. Und da habe ich auch mehrere Sachen von und das ist jetzt einmal Aquarell, Bleistift und Fotos in der Mitte. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch wieder mal ein Erkennungszeichen, das ist ein kleines Herz da am Knie und in den Händen ist auch ein Herzchen. Dann, ich habe hier nochmal rein.